Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Heute ist ein wundervoller Tag Mein Vater ist sehr kühlig Und macht alles nur für mich Die Märchenstunde Es fehlt etwas, oder? Ja Das Märchenbuch? Ja Wo habe ich mein Buch drin? Ich habe eine Idee Eine Kugel Das ist eine Erbse Eine Erbse? Natürlich gibt es ein Märchen mit einer Erbse Soll ich euch das erzählen? Ja Und die Prinzessin, die waren so ganz dick Und die anderen, die waren so ganz dünn Und so kam der Prinz wieder nach Hause Und sagte zu seinen Eltern Ich weiß gar nicht, wie eine echte Prinzessin aussieht Da laufen ganz viele rum Und jede sieht anders aus Ich weiß nicht, welche meine ist Und dann sagte sie Ich bin eine echte Prinzessin Ja, so hoch, eine kleine Erbse Kann wirklich schmerzhaft sein So Ja So 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 Und die Königin war ganz aufgeregt Und fragte die Prinzessin, wie sie denn geschlafen habe Und die Prinzessin schelte Ich habe ganz schlecht geschlafen Ich konnte die ganze Nacht kein Auge zudrücken Ich habe sie auf so ein schönes rotes Sandkissen gelegt Und hinunter in die Schatzkammer gebracht Ich bin die Schönste hier im ganzen Land Und das ist auch allen wohl bekannt Ich bin die Schönste hier im ganzen Land